Der Stieglitz, auch Distelfink genannt, ist ein häufiger Vogel in vielen Gärten. Sein roter Kopf, die schwarz-gelben Flügel, gepaart mit seinem einprägsamen Ruf und der bogenförmigen Flugweise, machen ihn zu einem recht auffälligen Vogel. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist wie immer Kalle von Ornithologie für Anfänger und damit rein ins Video. Heute möchte ich dir den Stieglitzen anhand von Aussehen, Lebensraum und Lebensweise, Nahrung, Fortpflanzung und natürlich auch der Stimme vorstellen. Viel Spaß! Starten wir ganz klassisch mit dem Aussehen. Stieglitze werden 12 bis 13,5 cm groß und sind damit etwas größer als eine Blaumeise. Die zierlichen Finken haben ein rotes Gesicht, einen schwarz-weißen Kopf und auffällige schwarz-gelbe Flügel. Im Flug kann man außerdem den weißen Bürzel sehr gut erkennen. Der Rest des Körpers ist schlicht braun gefärbt. Im Jugendkleid sind Stieglitze noch nicht so charakteristisch gefärbt, weil der Kopf noch nicht ausgefärbt ist. Aber anhand des spitzen Schnabels und auch an der Gelbzeichnung im Flügel sind sie auch dann sehr gut zu erkennen. Stieglitze brüten in der Kulturlandschaft, in Wäldern, Parks und Gärten. Er bevorzugt eine recht offene, aber baumreiche Landschaft mit hoher Vegetation, wie er sie in Streuobstwiesen oder an Waldrändern findet. Dort ernährt er sich vor allem von Samen und Körnern. Der Stieglitz sitzt dabei gerne auf Disteln, was ihm auch den Namen Distelfink eingebracht hat. Gerade außerhalb der Brutzeit sind Stieglitze sehr gesellig und in großen Trupps anzutreffen. Gerade im Winterhalbjahr kommen noch zusätzliche Stieglitze aus den nordeuropäischen Brutgebieten zu uns, um den Winter in Mittel-, West- und Südeuropa zu verbringen. Gerade dann sind sie vermehrt auch im Garten und am Futterhaus zu beobachten. Mit dem Ausbringen von Futter kann man die heimischen Vögel vor allem im Winter etwas unterstützen. Mein Partner Vivara bietet hochwertige und nachhaltige Vogelhäuser, Futtersäulen und zugehöriges Vogelfutter an. Wenn du deine Gartenvögel, hoffentlich sind darunter auch Stieglitze, unterstützen möchtest, schaue auf jeden Fall mal bei Vivara vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Stieglitze werden gegen Ende des ersten Lebensjahres geschlechtsreif. Sie führen im Normalfall eine monogame Brutehe, sprich die Partnerschaften halten meist nur für eine Brut. Gewöhnlich brüten Stieglitze zweimal im Jahr zwischen April und Juli. Wenn sich ein Männchen und ein Weibchen gefunden haben, wird nach möglichen Neststandorten Ausschau gehalten. Oftmals liegt dieser hoch in Obstbäumen, nah am Stamm oder in dichten Sträuchern. Wenn das Weibchen das Nest gebaut hat, werden vier bis sechs Eier gelegt. Die Jungvögel werden dann vom Weibchen gehudert, während das Männchen sich um die Nahrung kümmert. Gerade zur Brutzeit spielt aber auch die tierische Nahrung eine größere Rolle bei den Stieglitzen. Dann werden viele Blattläuse und kleinere Raupen gefressen und auch an die Jungvögel verfüttert. Erst wenn die Jungvögel größer werden, spielen Distelsamen bei der Ernährung eine immer größer werdende Rolle. Die Jungvögel sind nach dem Schlüpfen etwa zwei Wochen im Nest, nach 30 Tagen sind sie völlig selbstständig. In dieser Zeit, wenn die Jungen dann schon ausgeflogen sind, baut das Weibchen meist schon das Nest für die Zweitbrut. Stieglitze sind äußerst soziale Vögel, die gerne paarweise oder in größeren Gruppen unterwegs sind. Sie verhalten sich ganzjährig, wenig territorial und sind im Winter oft in gemischten Finkenschwärmen mit Grünfinken, Bluthänflingen und anderen Arten zu beobachten. Stieglitze sind in ganz Europa bis auf einige Teile im Norden verbreitet. Richtung Osten sind sie bis nach Mittelasien zu finden. Aufgrund des hohen Verbreitungsgebietes und der hohen Individuenzahlen wird der Stieglitz als nicht gefährdet eingestuft. Stieglitze können bis zu zehn Jahre in freier Wildbahn alt werden, die meisten allerdings erreichen nicht einmal ihr drittes Lebensjahr. Widmen wir uns jetzt dem Ruf und dem Gesang des Stieglitzes. Ihr Ruf ist dreisilbig, fröhlich und springend. Man hört ihn häufig entlang von Alleen, an Waldrändern und auch in Siedlungen. Er wird gerne im Flug gerufen. Der Gesang des Stieglitzes ist recht schnell. Er besteht aus schnellen Triller- und Zwitscherlauten, aber auch der dreisilbige Ruf wird immer wieder mit eingebaut. Stieglitze singen nicht besonders laut. Außerdem ist ihr Gesang recht ähnlich mit dem des Erlenzeisigs. Dieser ist allerdings in Deutschland kein wirklich häufiger Brutvogel, sondern lediglich als Wintergast in großen Zahlen zu beobachten. Wenn du dich noch weiter zu Gartenvögeln oder zu anderen ornithologischen Themen informieren möchtest, schau dir doch gerne eines dieser Videos an. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat. Tschüss und bis zum nächsten Mal.